Hey ho Freunde, willkommen zu einer neuen Folge. Wir spielen heute Finde alle Piggy´s. Das ist heute mein drittes Video, was ich mache. Und da finde ich schon die ersten Piggy´s. Ok. Und jetzt gehen wir mal zu Chapter House. Also zu Hause. Oh, hier ist Piggy, Carl. Ist hier noch irgendwas? Ne. Man weiß ja nie, vielleicht findet man immer irgendwas. Nein. Wir sind auf jeden Fall... Oh, eine Waschmaschine. Irgendwo in den Kisten vielleicht? Oh, hier ist so... Oh mein Gott. Wie viele Kisten sind hier bitte? Aha. Ja moin. Okay. Uh, wer ist denn das? Den kenne ich noch gar nicht. Dessert Baby. Dessert, wer ist denn Dessert? Achso. Oh. Ah, da ist so... Oh, ich mache da einen riesen Piggy. Piggy? Wo ist der Facebook-Schläger hin? Piggy? Oh. Oh. War ein Badge. Oh, das war auch ein Badge. Ist das auch ein Badge? Ne? Ja. Ja. Der wurde zerträglich. Ja. Das, denke ich, das ist Papa Wutz. Die grüne Key als Badge. Okay. Okay. Gibt es hier irgendwelche Geheimgänge oder so? Ah ja. Mit Anhieb direkt gesehen. Perfekt. Da hinten. Ah ja. Ah, Memory. Das ist eine Memory. Und ich habe 0 von 109 Badges gewonnen. Na ja. Da ist eine Piggy-Statue. Oh mein Gott. Oh. Ist eine Piggy hinten eine Kugel. Das ist übrigens ebenfalls ein VIP-Server. Alles klar. Ich schaue das mal nachher. Okay. Gibt es hier noch? Ich möchte mal sehr gerne wissen, ob es hier vielleicht einen Geheimgang gibt. Ja. Okay. Es gibt hier noch einen Geheimgang. Okay. Sonst gibt es hier keinen Geheimgang mehr. Oh. Minecraft-Haus. LOL. Ich habe voll die anderen nicht. Pew, wie siehst du bitte aus. Oh. Was ist denn das für eine Kugel? Gleich schau ich das mal. Ah, hier ist der Wasserpiggy. Ich komme nicht mehr raus. Wer ist Ellie? Junge, die pennt. Okay. Was ist das hier? Oh, Winter Holiday. Wir gehen jetzt für Winter Holiday. Okay, cool. Aha, aha. Was ist denn das? So. Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas? Ist irgendwas hier hinter? Nein. Ah, ja. Ich werde mit euch irgendwas ersetzen. Oh, da ist einfach George. Als Weihnachtsmann. George. Als Weihnachtsmann. Hier ist auch nichts. Was ist das? Sind in den Häusern gar nichts? Oder weiß? Oh, Labyrinth. Ah, ja. Da habe ich einen Badge entdeckt. So, Badge. Badge, Badge, Badge. So, was ist das hier? Ah, ja. Pingo. Das ist der Pingo. Leute, Pingo. Gibt es noch irgendwas? Ist das auch ein Badge? Nee. Gibt es hier noch ein Badge irgendwo? Nein, nein. Ah, ja, doch dahinten. Oh. Oh nein. Ich glaube, das waren alle. Ach, nee, doch nicht. Das ist einfach eine Marker, gell? Okay. Oh, wir setzen uns mal. Wir setzen. Ich bin einfach bei der Uhr immer noch 0 von 100. 9. Ja, immer noch. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich probiere nicht, was das soll. Ah, ja. Auf einmal 22 von 409. Ah, ja. Was ist das, Young Bitch? Weston Peace? Noll. Okay. True P.H. Profäer, halle. Ist das hier alles ein Badge? Nein? Okay. Schau da. Okay. Oh, hier sind die Spieleentwickler. Was zum... Den kenne ich. Und den. Das sind zwei YouTuber. Das sind wirklich zwei YouTuber. Und... Ja. Der hier, der heißt so, wie der heißt. Gerade in... Äh, hier. Ja. Nee. Da gibt gar keinen Sinn. Gaff. Ich habe hier schon einen gesehen. Hier ist einer. Gibt es hier noch weiter? Okay. Ich würde... Ah, ja. Die denken auch, dass ich fläht bin. Oh, da geht es zu Forest. Was ist das? Was war das? Ich habe mich gerade sowas von erschrocken. Das ist einfach ein Französischer. Er war ein Französischer. Ein Künstler. Ich bin ein Künstler. Okay. Da, 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 da. Ah, ja. Engel und Teufel. Engel und Teufel. Gut. Affe. Affe. Hier gehe ich mal lieber langsam hoch. Sonst knall ich runter. Ähm. Was ist das? Hätte ich jetzt irgendwo hin teleportiert? Wer? Ah. Das war ein Badge. Das ist auch ein Badge. Ah. Von Funky Friday ist das ein Badge gewesen. Gerade das hier. Ist hier noch irgendwie einer? Ah, ja. Ja, Doggy. Puppy. Okay, da war nichts. Servus. Servus. Aber hier habe ich was gesehen. Bacon. Also viel zu viel Bacon. 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 E. Ah, ja. Ähm. Da. Aua. Da auf die ganze Gegend. Irgendein Scheiß. Oh. Das, Leute. Das ist einfach Mr. Stitchy. Mr. Stitchy. Sticky. He is sticky. Sticky. Ist hier noch irgendwas? Nein, 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 nein. Ja, nein, nein, nein. Nein. Okay, dann sind wir hier. In, äh, Forest. Oh, fertig wieder. Cool. Cool. Cool, cool, cool. Wir haben immer noch 6, 2, Äh. Häh? Hä? Hä? Oh, nein. Oh, das ist bestimmt einer. Yeah. Kidnight, bitch. Oh, süß. sehr interessant ist was sie schauen Stalker hier geht es noch hoch was ist das was ist das oh das ist ein normaler Pepper oh was sind die hier für Fotos was habe ich ich muss auch vor dem Kopf gehen ist hier irgendwas ist hier irgendwas ja naja ich habe irgendwie ein offenes Fenster gesehen vielleicht gibt es hier ein offenes Fenster nein 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 ich bin da noch nicht vertan ist irgendwas auf dem Dach ne das war hinten auch schon habe ich das hier schon geholt ich bin voll vergesslich nein ja doch oh wir kommen jetzt zur Station 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 ähm ah komm mal da ist der Doki das ist das hier da gibt es ja auch ein Badge ne wir machen mal hier eins rum da gibt es auch ein Badge nein da gibt es hier ein Badge nur ein Badge ist ich möchte mehr Badges 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 warum gibt es hier keine Badges mehr Hab ich schon alle Badges geholt? Ah, oder nicht? Äh, es liegt. Moin. Hier oben war ich hier. Oh nein, hier ist der Mauerpick. Oh mein Gott, der rum ist neu. Ach du heilige, da wurde von jemandem den Kopf abgehackt. Ich hab ne Keycard. Wozu brauche ich die Keycard? Hä? Wozu? Wozu? Wozu brauche ich die Keycard? Hallo? Hä? Wozu brauche ich bitte diese Keycard? Für nachher, oder wie? Oder was? So den Bing-Bang-Schuh in den Gingermann. Ich hab jetzt selber so ne Keycard bekommen. Einfach. Random. Gibt's hier irgendwie noch einen Geheimgang? Oder frag mich nicht irgendwas? Vielleicht? Ja, nein, ja, nein. Ja, nein, vielleicht. Das sieht aber, glaub ich, ja nicht so aus. Sehen wir mal was. Hm? Hier was? Hm? Ist hier hier hoch? Ach du heilige, was ist denn das? Oh! Ich hab ein Rainbow. Lol. Hä, gibt's hier, gab's hier unsichtbare Blöcke? Die meisten sieht man eigentlich so. Nö. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, das war's mal. Oh. Oh, 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 oh. Dann würde ich sagen, das war's mal wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, haut rein, Leute. Ciao.